Ich möchte nochmals da die Zeichnung hervor, also Zeichnung. Mein Zeichnungslehrer kriegte die Krise bezüglich meinen Fähigkeiten. Und darum ist es witzig, dass ich heute versuche, ab und zu mal eine Skizze aufzuzeichnen. Und wir sind ja gestern gestartet mit der Frage Lebenssaft. Wo können wir in diesem Lebenssaft hineinkommen? Wir haben gestern über einen Segenskreislauf gesprochen, dass Gott der Spender ist. Bereits am Anfang der Welt hat er angefangen zu spenden, Segen zu spenden, Gutes auszusprechen über Menschen. Und es ist an uns immer wieder zu empfangen. Und dann haben wir gestern ganz stark diesen Weitergeben-Effekt nochmals betont. Wir können nur immer wieder in diesen Kreislauf reinkommen, wenn wir bereit sind, das, was wir haben, auch wieder zu teilen. Kürzlich saß meine Frau und ich in einem Restaurant. Und manchmal macht es richtig Sinn, zu teilen. Restaurant sagt man bei euch nicht. Doch, so französisch angehaucht seid ihr schon. Krass. Okay. Also, Fakt ist, wir saßen da und ein Freund von mir wusste, dass wir da hingehen. Wir gehen nicht zu viel auswärts essen. Und dann kam der Kellner und brachte uns eine tolle Flasche Wein. Und ein guter Tropfen. Und ich sagte, ey, sorry, wir haben den nicht bestellt. Und dann hat er gesagt, doch. Euer Freund hat da uns beauftragt, euch diese Flasche zu geben. Und übrigens, dieser Freund hat auch gesagt, alles, was ihr bestellt, geht eh auf seine Rechnung. Und fand ich cool. Leider hatte ich schon bestellt. Mist. Daher ist es gut, großzügig zu sein. Du weisst nie, wenn jemand dir das was zahlen möchte. Und auf jeden Fall sind wir da bei dieser Flasche Wein gesessen. Und zu zweit eine Flasche Wein. Ich weiss nicht, wie es bei euch ist. Wobei, ihr Deutschen habt ja. Ja, ihr mögt schon was. Aber für uns Schweizer, also Bergler, ist eine Flasche Wein viel. Und dann waren wir da. Und dann kam auf einmal ein bekanntes Ehepaar rein. Saßen da neben uns. Haben auch einen Eheabend verbracht. Und wir durften dann aufstehen mit dieser guten Flasche Wein. Und durften ihnen einschenken und sagen, hey, das ist für euch. Das half uns, dass wir mit den Fahrrädern die Kurve kriegten. Und ihnen half es, dass sie einen gelockerten Eheabend genießen konnten. Also weitergeben ist immer. Er löst immer was aus. Und es ist sogar für dich oft ein Schutz, dass du weitergibst. Okay, und dann haben wir gesagt, dann werden wir zum Segen. Für dieses Ehepaar wurden wir zum Segen. Und dann geht es darum, den Schwender wieder eigentlich zu ehren und eigentlich die Menschen dahin zurückzuführen. Wir werden morgen sehr stark über dieses Thema reden. Wie kann ich Menschen einfach zu den Füßen oder zu Jesus zurückführen? Wie kann ich meine Nachbarn mit Jesus bekannt machen? Und gestern haben wir vielleicht dieses Thema eher betont weitergeben. Und heute möchte ich speziell über diese Verbindung sprechen zwischen Spender und uns, die wir immer wieder Segen empfangen. Es ist so entscheidend, dass wir in einer leidenschaftlichen, persönlichen, funktionierenden Beziehung mit Jesus stehen. Und darum habe ich diesen Abend überschrieben, in der ersten Liebe bleiben. Wie können wir da in dieser Beziehung gesund unterwegs sein? Aber bevor ich da hineingehen möchte, hatte ich den Eindruck, es ist jemand da, der bezüglich in den letzten Wochen mitgekriegt hat, dass das Lungenvolumen in seiner Lunge nicht mehr dem entspricht, was es früher war. Oder du bist ärztlich untersucht worden. Ich glaube immer wieder, dass während Predigten oder grundsätzlich, dass Jesus einfach heilt. Ich meine, dort, wo er hingekommen ist, konnte es kaum einmal sein lassen, Menschen zu heilen. Er hat das immer drauf gehabt. Es heißt in Apostelgeschichte 10, Vers 38 hat Petrus eine Zusammenfassung gebracht. Was eigentlich geschah mit Jesus, als er da in Caesarea war, bei diesem Cornelius-Hauptmann, hat er ihnen erklärt, was Jesus denn war. Und da beschreibt Petrus vier Dinge. Er hat gesagt, er war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er zog umher, war aktiv. Er saß nicht zu Hause und gewartet, dass das Reich Gottes kommt, sondern er ist aktiv, hat er was bewegt. Und dann heisst es, er tat Gutes und er heilte alle. Und Leute, ich glaube wirklich, das gehört zum Auftrag der Kirche, zu erwarten, dass Jesus heilt. Es ist nicht unser Job zu heilen, das macht er. Aber es ist unser Job, eigentlich in unserem Herzen Raum zu schaffen. Ich hatte letzten Sommer die Diagnose gekriegt, dass ich ein chronisches Leiden habe. Und das war Niederschmettern nach einer längeren Geschichte. Und ich darf heute wirklich sagen, ich bin medikamentenfrei, einfach durch ein Wunder von Jesus. Und es ist immer wieder an uns, einfach diese Pflöcke weit zu setzen und zu sagen, Jesus, wir trauen dir alles zu. Wir glauben, du bist der Allmächtige. Ich liebe dich, egal, was jetzt geschieht. Aber ich glaube einfach, ich glaube, dass du Bewegung hineingibst. Und wir glauben immer wieder, dass Menschen einfach geheilt werden. Und jetzt auch, wenn du da bist mit diesem Lungengeschichten. Und ich glaube, dass jemand da ist, der ein vermindertes Hörmöglichkeit hat auf der rechten Seite. Und Leute in deinem Umfeld sagen, du sollst es endlich mal ärztlich abklären. Und du weigerst dich bisher. Und ich glaube, dass Gott einfach da hineinkommen möchte, um Heilung zu bringen. Ich glaube, dass auch jemand da ist, der vor noch nicht allzu langer Zeit mit seiner linken Faust so richtig auf einen Tisch geschlagen hat. Wahrscheinlich bist du Linkshänder, sonst hättest du die Rechte genommen oder vielleicht hattest du in der rechten Hand etwas. Genau. Aber da war irgendwo ein Wutausbruch und du schämst dich darüber. Es ist nichts kaputt gegangen, aber du schämst dich. Und ich sage dir was. Gott hat diese Geschichte gesehen und er möchte, dass du diese Scham ihm bringst. Römer 8, Vers 1 heisst, es ist keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Und diese Geschichte möchte Jesus lösen und auch deine Wut in deinem Herzen, wo du manchmal fast nicht weisst, wie das zum Ausdruck kommt. Und ich glaube, er möchte dich in Befreien bringen, indem du wirklich einfach vergeben darfst. Vergebung ist eine Entscheidung, ist nicht ein Gefühl. Es ist nicht eine Reaktion dessen, dass der andere endlich checkt, dass er etwas falsch gemacht hat, sondern Vergebung ist eine Entscheidung, die du in deinem Herzen triffst. Und Jesus dich in dem Sinn auch dann befreit. Ich glaube, dass auch jemand da ist, der mit Krampfadern Schmerzen zu kämpfen hat auf dem linken Bein. Und ich glaube einfach, dass Jesus sagt, er ist nicht einfach so, dass es so heiteres Krankheitserraten, sondern er möchte da hineinkommen, um einfach Heilung zu bringen. Auch die Person, die da ist, die in den letzten Wochen immer wieder so in der Mitte der Stirn Schmerzen gehabt hat. Und darf ich einfach jetzt im Moment still sein und beten, dass einfach Jesus heilt. Und wenn du betroffen bist von einer dieser Geschichten, dann leg deine Hand an diese Stelle, wenn es möglich ist. Und wenn du sonst Geschichten hast, dann erwarten wir, dass einfach Jesus kommt. Und dann wollen wir hören, was er tut. Und ich, Jesus, ich bin dir so dankbar, dass du dich immer wieder auch um unseren Körper kümmerst. Unser Körper ist dir nicht einfach irgendwo eine Angelegenheit, die uns physikalisches Leben ermöglicht, sondern unser Körper ist ein Ort, den du erwählt hast, um darin zu wohnen. Durch dich, Heiliger Geist. Und wir danken dir, dass du sehr interessiert warst an Menschen, um sie zu heilen, auch von körperlichen Leiden. Und ich bete jetzt hinein, dass du kommst und diese heilende Hand von dir auf Menschen da drin legst, die betroffen sind von Geschichten, die aufgerufen worden sind, aber die auch betroffen sind von anderen Geschichten. Ich glaube wirklich, dass du, dass die Zeit da ist, dass es seit ein paar Wochen spricht Gott immer wieder darüber, dass die Zeit jetzt da ist, wo chronische Geschichten ein Ende finden. Und das glauben wir. Wir glauben, dass diese Lunge berührt wird. Wir glauben, dass eine neue Dimension von Lungenvolumen jetzt hineinkommt. Wir glauben, dass Heilung geschieht und diesen Kopfschmerzen und was auch immer da alles du bereits betont hast. Und du lebst es, du lebst und wir lieben dich. Und wir lieben dich nicht einfach, weil du stark bist, sondern wer du bist, wer du bist. Darf ich dich bitten, Geist Gottes, dass du jetzt auch unsere inneren Herzensdimensionen öffnest, damit wir empfangen können. Ich bete, dass diese Beziehung zu dir ganz neu befreit wird. Ich glaube, da ich sehe so eine Pipeline vom Himmel zu unserem Leben, die verstopft worden ist, auch durch Gleichgültigkeit. Und ich bete, dass da du einfach kommst und neu das Entstopfst und diese Liebe des Himmels direkt unser Herz erfasst. Danke vielmals. Halleluja. Und danke, dass du wirkst. Nicht, weil wir gut drauf sind, sondern weil du gut drauf bist. Und trotz und in all unserer Schwäche wirkst du. Halleluja. Amen. Es war im letzten Frühjahr, als mein Vater aufgrund einer Rückenoperation immer schlechter körperliche Situationen hatte, dann einen Darmverschluss machte. Und der Arzt uns Kinder gerufen hat und gesagt hat, wir versuchen es nochmals mit einer Operation. Aber die Gefahr ist eigentlich hoch, dass euer Vater das nicht mehr überlebt. Die Entzündungswerte sind sehr durch die Decke gegangen, kommt doch noch vorbei. Ich war damals in Luzern an einer Sitzung, bin mit dem Zug unterwegs gewesen. Den Zug kannst du nicht schneller machen, als er ist. Genau, und da bin ich dann in Thun eingefahren. Und ich wusste, ich wäre so rasch wie möglich zum Vater, mit der Möglichkeit und der Hoffnung, dass ich ihn noch erreiche, bevor er in den OP geschoben wird. Und ja, mit der Möglichkeit, dass ich ihn nochmals bei wachen Augen sehe. Ich bin da rasch ins Spital hineingelaufen, kam in sein Zimmer und mir wurde mitgeteilt, dass er in den nächsten Minuten gleich abgeholt wurde. Er hat abgeholt, wird wird, er war noch dort. Und ich ging zu seinem Bett hin, seine Augen waren wach. Und ich wusste, ich muss ihm diesen wunderbaren, wunderbaren Dimensionen von Römer 8 nochmals zusprechen. Mein Vater ist mit dir unterwegs. Und ich habe gesagt, Vater, nichts, gar nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Nicht einmal der Tod. Das ewige Leben, wir sind da bereits durchgebrochen. Wir stehen ja im ewigen Leben. Es ist nur noch eine Adressänderung, die uns eigentlich bevorsteht. Alles andere ist gelaufen. Wir sind Kinder Gottes. Unser Name ist aufgeschrieben im Himmel. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Es ist das Elementarste überhaupt. Und ich habe ihm das so zugesprochen und durfte dann mit ihm den Gang runter und bis zum Bettenlift. Und für mich war klar, so innerlich, wahrscheinlich ist es dieser letzte Moment, wo ich nochmals in die wachen Augen meines Vaters sehen kann. Mein Vater ist wahrscheinlich unser treuester Fürbitter. Er verbringt immer wieder, er schreibt mir täglich, der weiss, wo ich täglich bin, dann schreibt er, hey, wie ist die Reise gegangen, wo stehst du, wir segnen dich mit diesem Wort und was auch immer. Und er ist für mich eine wichtige Person. Und ich wusste in diesem Moment, das ist wahrscheinlich der letzte Moment. Und ich habe ihm nochmals gesagt, gell Vater, nichts kann dir von der Liebe Gottes trennen. Und dann schob ich ihn in den Lift und die Lifttüre ist zugegangen. Er ist darunter in den Operationssaal und ich verliess das Spital. Ich ging im Wald laufen oder spazieren und habe das so verarbeitet mit meinem Vater im Himmel. Und auf einmal kam der Gedanke, du hast was vergessen. Du hast was vergessen. Und zwar ist in meiner, also aus der Familie, in der ich komme, ist es nicht so üblich, dass wir die Liebe mit Worten ausdrücken. Ich wusste zutiefst, ich bin geliebt von meinen Eltern, das ist gar keine Frage. Aber so dieser Satz, ich liebe dich, war nicht so Kultur. Und eigentlich wusste ich es, weil meine Frau hat eine völlig andere Kultur mit hineingebracht in unsere Ehe. Sie kann das so gut. Sie drückt es immer wieder aus. Sie hat es auch meinen Eltern ausgedrückt. Oft hat sie gesagt, auf Berndeutsch, auf Schweizerdeutsch, ich hatte gern. Ich hatte gern. Und das löst etwas aus, ich liebe dich. Aber ich stand da meistens etwas verklemmt daneben. Wenn es darum ging, ihr das zu sagen, war es kein Problem, meinen Kindern zu sagen. Wir haben eine Kultur entwickelt, die das normal macht. Unsere Kinder gehen aus dem Haus, oder weil sie noch zu Hause wohnen, oder unsere zweitjüngste Tochter mit dem Fahrrad, wenn sie davon gefahren ist, das hat sie viel zurückgeschrieben, ich habe euch gern. Wow, das ist so wohltuend. Aber in meiner ursprünglichen Familie war das nicht so der Fall. Das hat man nicht so ausgedrückt. Aber ich wusste, ich hätte meinem Vater nochmal sagen wollen, ihr hattet gern. Ich erzählte ihm von der Liebe Gottes, das war total wichtig. Aber auf einmal in diesem Waldstück merke ich, das habe ich vergessen. Ich hätte es ihm sagen sollen. Natürlich konnte ich sagen, er weiss es ja. Und trotzdem war in diesem Moment dieser Schrei. Warum in aller Welt habe ich es verkockt? Warum habe ich es nicht gesagt? Und ich sagte, Jesus, wenn er jetzt zu dir kommt, da gehst du als erstes zu ihm und richtest ihm aus, dass ich ihn liebe. Und ich hätte viel dafür getan, den Film nochmal zurückzudrehen, weil ich merkte, eigentlich ist es die Botschaft, die durchdreht. Weil am Schluss deines Lebens ist nicht mehr die Frage, was hast du geleistet, wo warst du überall auf dieser Welt, sondern die Frage bleibt im Raum, wie ist deine Form von Liebe? Und zwar in erster Linie die Liebe zum Vater. Und darum war das so entscheidend wichtig. Das Glück war, dass mein Vater diese Operation überlebt hat. Und dass er wieder ansprechbar war. Ich war der Erste in seinem Bett. Er hat gesagt, Vati, das ist bei uns die niedlichere Ausdrucksform vom Vater. Vater, Vati, er hat dich gern. Und über seine Lippen kam, Eti, ich dich auch. Und seither versuchen wir uns darin. Manchmal am Telefon sage ich am Schluss, denke ich, ich soll das noch sagen. Nein, ich sage es nicht. Doch, nein, nein, nein. Doch. Du willst ja nicht nochmal diese alten Spaziergänge. Und dann sage ich manchmal, ja, die Gern. Und wisst ihr, ich spüre in meinem Herzen, die Ausdrucksweise der Liebe ist eigentlich das, was schlussendlich zählt. Weil als Jesus gefragt wurde, was ist eigentlich das Wichtigste im Leben, sagt er in Matthäus 22, 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem März, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand. Das ist das grösste und wichtigste Gebot. Und Jesus sagt damit, diese Liebe zum Vater, an dem hängt alles. Natürlich jetzt nicht zu meinem leiblichen Vater, an dem hängt nicht alles. Und trotzdem ist es eine Beziehung, die das ausdrückt, was ich eigentlich zu Gott empfinde. Also das ist wie ein kleines Spiegelbild. Diese Liebe. Natürlich, Jesus fängt dann noch weiter. Wir wissen, dass es noch einen zweiten Vers gibt. Der kann leicht stressen, liebe deinen Nächsten dann wie dich selbst. Aber okay, lassen wir das mal. Das ist schon mal genug für heute. Also liebe Gott von ganzem Herzen. Und weisst du was, diese Liebe, die Liebe zu dem Sender, zu dem Spender des Segens, ist entscheidend für unser Leben. Und genau das ist umkämpft. Jesus sagt uns in zwei Kapiteln später nach diesem Vers, sagt er in Matthäus 24,12, Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, er erzählt davon der Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Wann Jesus wiederkommt, kann ich nicht sagen, aber wir standen noch nie so nahe wie jetzt. Das bin ich ziemlich sicher. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Jesus sagt, das Elementarste eures Lebens ist die Liebe zum Vater. Es ist das absolut Wichtigste. Es ist das und das dreht sich schlussendlich die Geschichte. Und gleichzeitig sagt er, in dieser Zeit, wo wild sein wird, mit Erbeben und Krieger und was auch immer, in dieser Zeit wird etwas ganz Wildes, ganz Krasses geschehen. Es wird die Liebe, das Elementarste, was wir überhaupt haben, wird in den meisten, in den meisten, in den meisten, in den meisten erkalten. Freunde, es streckt mich auf. Wenn ich schon erlebt habe, was emotional das ausgelöst hat, diese Ausdrucksweise zu meinem leiblichen Vater, was in aller Welt wäre das für eine Katastrophe, wenn ich zu den meisten gehören würde. Nicht die Minderheit, es gibt ein paar Tollpatschige, die verpennen die Liebe. Nein, die Liebe ist ein umkämpftes Gut. Es ist das Wichtigste und das Umkämpfste. Speziell in der letzten Zeit. Und das bringt mich echt zur Frage, Jesus, wenn es um den Lebenssaft geht, wo stehe ich da? Und ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise, die ich immer wieder wiederhole. Es gibt Dinge, die es macht Sinn, wenn du es double checkst. Zum Beispiel, wenn du Flüge buchst, es macht noch Sinn, dass du die gleichen Daten da buchst, wie du eigentlich denkst zu fliegen. Ich stand mal am Flughafen, einen Tag, bevor ich eigentlich nach Bangladesch sollte und die Boardingschalterfrau sagte, ja, nett, sind Sie aber richtig früh dran. Ja, ich bin sonst knapp, ja, das stimmt, ja. Ja, genau, Sie fliegen erst morgen. Ah, okay. Ist es weh? Nein. Und du, no. Nun, es war ein Tag zu früh, das ist easy, ein Tag zu spät, macht echt, ist echt mühsam. Also, genau. Ich habe, also es ist auch, ich habe, ich war in Russland, musste weiterfliegen, nach dem Kaukasus und ich habe auf meinem Boardingzettel, hieß es Boarding Time, Boarding Time, das interessiert doch kein Mensch. so, das war meine Gedanken gewesen, aber ich wusste nicht, dass die Russen in diesem Bereich etwas anders ticken, das stand nämlich nicht Boarding Time, sondern der letzte Moment vom Boarding Time. Bei uns ist es ja so, Boarding Time, da schlenderst du da mal hin, wenn du mal keinen Bock hast, im Burger King gehst du dann, okay, weißt du, und wir saßen im Burger King und haben nicht gecheckt, dass die Boarding Time, der letzte Moment ist und als wir dann so fünf Minuten nach Boarding Time da hinkamen, dann sind wir wahrscheinlich die Einzigen auf dem Flug. Das ist witzig. Also, da kommt ja niemand und dann nach zehn Minuten niemand kam. Dann dachte ich, ja, jetzt ist schon etwas speziell. Dann bin ich dann irgendwo hingegangen, zu irgendeinem Personal und der sagte nur, njet, njet, njet. Oh Mist, njet tönt nicht gut. Das habe ich verstanden. Fakt ist, ich habe den Flug verpasst. Weil ich kein Double Check gemacht habe. Weil auf diesem Boarding Zettel heisst es, bis dann musst du dort sein. Ich habe es einfach nicht gecheckt. Okay, das macht Sinn, Dinge in deinem Leben manchmal double zu checken und es macht äusserst Sinn, diese Frage immer wieder zu bewegen. Nicht in einer religiösen Angst. Wo bin ich jetzt? Sondern vielmehr in der Frage, Jesus, ist es ready? Meine Beziehung zu dir, ist es noch Liebe oder ist es einfach ein religiöses Geblänkel? Bin ich noch am Lebenssaft oder ist es einfach so aufgesetzt? Und ich frage mich das oft. Und meine Frage war, was sind denn Indizien, ob ich darin bin oder nicht? Erster Punkt ist, die Äußerlichkeiten können täuschen. Wir kennen doch diese Kirche da in den Sendschreiben, die erste Kirche, die auch angeschrieben worden ist, die Kirche von Ephesus. Und da ist ziemlich ein toller Bericht über diese Kirche, wie die wirklich gut drauf sind. Ich weiss, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz, deine Ausdauer. Ich weiss auch, dass du niemanden in deiner Mitte duldest, der das Böse tut. und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten Apostel zu sein. Und das ist gar nicht Sinn. Cooler Church. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens Willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Das ist etwa ein Zeugnis. Wow. Das ist eine Kirche. Das möchten wir doch sehen hier in Buchholz und dieser Kirche, wo man sagt, boah, Ausdauer, ready, radikal. Was ich hier nicht drauf getan habe, ist der nächste Satz. Der nächste Satz ist, aber ich habe etwas gegen dich. Dass genau diese Liebe verlassen. Also, mit anderen Worten, Indizien, ob wir in dieser Liebe sind, sind nicht die Äußerlichkeiten. Was ist es denn? Ich glaube, Jesus hat ja in diesem Satz, den wir vorhin gelesen haben, Matthäus 24, 12, hat er gesagt, die Liebe wird den meisten erkalten, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Gesetzlosigkeit heisst, es gibt keine Grenzen mehr. Alles ist okay. Wenn es für dich okay ist, dann ist es okay. Das ist Gesetzlosigkeit. Und spannenderweise sagt Jesus in Johannes 15, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe und dann sagt er wie, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Mit anderen Worten sagt Jesus hier, Freunde, in der Liebe bleiben hat ganz viel damit zu tun, was das Wort Gottes in deinem Leben für deine Stellung hat. In Johannes 1, Vers 4 heisst es, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus identifiziert sich mit dem Wort Gottes. Oder in Johannes 12, Vers 31 sagt Jesus, wer mein Jünger sein will, der muss nah am Wort sein. Freunde, wenn wir über den Lebenshaft sprechen und diese Qualität von erster Liebe und frisch verliebt in Jesus zu sein reden, dann hängt ganz vieles von unserem Umgang mit dem Wort Gottes ab. Wir können nicht bauen auf unsere Erfahrungen, auf unsere Erlebnisse. Heute sagen mir viele Leute, aber ich habe das und das erlebt. Und darum ist, Freunde, es ist keine Grundlage, die Grundlage ist das Wort Gottes. Johannes 17, 17 sagt, das Wort ist die Wahrheit. Das ist die Grundlage. Und in dieser Liebe, in diesen Lebenshaft zu kommen, bedeutet, dieses Wort Gottes ist nicht irgendwo ein Abbrogebäck, wo ich ab und zu mal ein Häppchen nehme, so ein Tagesverschen und dann glaube, dass es irgendwo mich ernährt, sondern dass ich das nehme und täglich darin forsche. in Psalm 1 heisst, wer darin forscht Tag und Nacht, der ist wie ein Baum, der gepflanzt ist und was am Lebenssaft. Und da haben wir es wieder, an dieser Liebe Gottes. Es ist nicht eine religiöse, ich will in der Liebe sein, also muss ich jetzt lesen. Nein, Freunde, so geht es nicht, sondern es ist ein Geschenk des Himmels. Und es geht darum, dass Menschen sich darin forschen. Weisst du, eine Kirche oder Menschen entwickeln sich dann, wenn das Wort Gottes zu ihrer täglichen Ernährung wird und dann wird diese Liebe erneuert. Mich begeistert das Wort nicht immer gleich stark, aber ich merke, wenn ich da mit dem Wort Gottes befasse, befasse ich mich mit dem Schöpfer des Universums, ich befasse mich mit Jesus Christus, meinem Herrn, ich befasse mich mit dem Heiligen Geist und dann fängt etwas an, an Liebe sich zu entwickeln. Das ist ein Indiz. Ein dritter Indiz meiner Liebesfrage ist die Priorisierung. Und zwar die Priorisierung vielleicht in drei Bereichen. Ich kann nicht meiner Frau sagen, ich liebe dich und ich liebe sie wirklich von ganzem Herzen. Meine Frau ist gleichzeitig mein bester Freund. Wir teilen alles, wir haben kein Geheimnis voreinander. Es ist ein Geschenk, aber ich kann nicht sagen, ich liebe dich, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich priorisiere dich nicht. Wenn sie sagen, hey sorry, was ist mit dir falsch? Aber weisst du, ich liebe dich, aber ich habe einfach keine Zeit für dich. Also es stimmt doch was nicht. Also ein Indiz ist, wie ist unsere Priorisierung in der Beziehung zu Jesus. Und ich habe drei Bereiche von Priorisierungen. Das eine ist Zeitinvestition. Weisst du, alles was ich liebe, sieht man in meiner Agenda. Im Sommer, ich liebe es, Tennis zu spielen. Dass meine Assistentin nicht dauernd weiss, dass ich auf dem Tennisplatz bin, habe ich jetzt angefangen, nur noch die Namen hinzuschreiben, anstatt den Namen und Tennis. Also die meint jetzt immer, es ist ein jüngerschaftlicher Beziehung unterwegs. Genau, aber es verratet ihr ihn nicht. Also, Fact ist, das sieht man in meiner Agenda. Das ist offenbar. Das ist Ausdruck von Leidenschaft. Verstehst du, das ist es. Also man sieht, dass ich meine Frau liebe, aber darum haben wir Ehetage, Eheabende, Ehewochenende. Das sieht man. Man sieht, dass ich meine Familie liebe, darum haben wir, wir haben jetzt so Pommes Fritsonntage. Ich habe entdeckt, dass Pommes die Mahlzeit ist, wo ich alle Kinder, inklusive Enkelkinder, mit einem Schnippen an den Tisch bringe. Ich habe andere Menüs, da kommen sie nicht so locker, locki. Aber bei Pommes, jetzt haben wir Pommes Sonntage eingeführt. Immer um Nachmittag um vier starten wir, gibt es Pommes Sonntag und dann macht es Tag und alle stehen da. Und Crossdaddy, das bin ich, macht dann Pommes und wir haben, das sieht man in meiner Agenda. Wenn mich irgendwo jemand anfragt, Sonntag 16. was auch immer, kannst du dann zum Predigen kommen? No way! Wir haben Pommes Sonntag als Family. Hey, sorry. Das sieht man, alles was du priorisierst, sieht man. Freunde, wie sieht es mit meiner Priorisierung in meiner Agenda, in meiner Lebensbeziehung zu Jesus aus? Der zweite Priorisierungspunkt ist die gedankliche Absorbierung. Ich kann doch nicht nach Hause kommen und sagen, Susi, ich liebe dich, habe ich auf den ganzen Tag nie an dich gedacht. Also sorry, das ist doch logisch, da ist was nicht ready, wenn das so ist. Und der dritte Punkt ist Priorisierung in der Rangfolge meiner Aufgaben. Ich liebe Sportresultate. Ich bin etwas Sportresultat-Junkie, sage ich. Ich weiß ja, fast jedes Resultat von heute Nachmittag aus der Bundesliga. Ich liebe es einfach. Und es hat jedenfalls eine Priorität, das kann ich kurz auf die Toilette und dann naja, gut, habe ich wieder gesehen. Also es nicht eine aufhängig, ja, vielleicht doch. Aber Fakt ist, ich priorisiere das. Und wenn ich Zeit habe, am Wochenende mal eine halbe Stunde, dann schaue ich mir kurz die Sportschau vom ARD an. Einfach um die Zusammenfassung kurz zu sehen. Nicht alle. Ich muss jetzt euch nicht sagen, von welchem Club ich wirklich Fan bin. Aber Fakt ist, es hat eine Priorisierung. Es ist eine Priorisierung. Die Frage ist, was hat Priorität in meinem Leben? Was kommt da Jesus irgendwo vor? Und weisst du, es ist ja nicht so, dass Gott uns ruft zu einer Liebe, die so einseitig ist, wo ein narzisstischer Gott wäre, der sagt, komm, lieb mich. Vielmehr offenbart uns die Bibel, wie leidenschaftlich Gott zu uns ist. Da gibt es diese Geschichte. Ich habe ein Originalfoto mitgebracht von Hosea und Gomer. Weisst du, ich weiss nicht, ob diese Geschichte dir geläufig ist. Ich möchte sie dir kurz erzählen, wie ich sie verstehe und daraus zu empfinden, was Jesus und wie Gott uns liebt. In 1. Johannes 4, 19 heisst es, wir lieben, weil er uns liebt. Die Liebe zu ihm ist eine Antwort dessen, was er ist. Und Hosea war ein alttestamentlicher Prophet und Gott hat durch ihn der Welt zugänglich gemacht, wie leidenschaftlich unser Gott ist für dich und für mich. Er nahm mal Hosea beiseite und sagte, Hosea, darf ich an deinem Leben zeigen, wie leidenschaftlich und liebevoll ich mit Menschen bin. Und Hosea hat eingewilligt und dann kam der Knaller. Dann hat Hosea den Auftrag gekriegt, geh zu Gomer. Gomer war eine dorfbekannte Prostituierte. Jeder wusste, wer Gomer war und vor allem, was sie arbeitete. Und Gott hat Hosea nicht gesagt, geh sie besuchen und bring ihr einen Kaffee und sage, ich liebe sie. Nein, das ist nicht die Qualität der Liebe Gottes. Gott hat dem Hosea gesagt, ich will an dir etwas zeigen, wie leidenschaftlich ich für Menschen empfinde. Geh und heirate Gomer und lieb sie. Hey, stell dir das mal vor, versetz dich mal in die Aufgabe von Hosea. Jeder wusste, wer diese Gomer ist. Stell dir mal das erste Date vor, in der Bar, in diesem Rotlichtmilieu, wo er diese Gomer kennenlernen musste. Am nächsten Tag wusste das ganze Dorf, was da lief. Es hat Hosea das Gesicht gekostet, aber er wusste, es ist ein Auftrag Gottes und damit möchte Gott etwas dokumentieren, wie leidenschaftlich er für Menschen ist. Und Hosea ging und hat das gemacht. Das ist ausgedrückt. Stell dir mal vor, er hat alles verloren. Seine Freunde gingen von ihm. Keiner will mehr mit solchem zu tun haben. Und Hosea musste in seinem eigenen Leib erfahren, was das für einen Preis kostet, diese Liebe zu dokumentieren, die Gott zu uns Menschen hat. Und er nahm diese Frau, er nahm sie nach Hause. Und er fing an, eine Familie zu gründen, sie kriegten zwei Kinder. Und alle das ganze Dorf sagen, wow, was für ein happy happy end, ist denn das, wow, das nice. Aber die Geschichte ist dann nicht fertig. Komer entschied sich eines Tages wieder zurückzugehen auf den Strassenstrich. Verliess Hosea, wie krank ist denn die Frau? Ich habe mal kürzlich eine Predigt gehalten, ich bin Gomer. Wir sind so krank gewesen manchmal und verlassen diesen Ort der Geborgenheit, der Liebe, der Annahme, alles was wir haben, um uns zu entwickeln, uns zu irgendwo. Und genau das machte Gomer. Und ich denke mir, was in diesem Dorf dann wieder losging und geredet. Hosea, schon stark, wie er diese Frau rausgeholt hat aus dem Sumpf, aber jetzt ist sie wieder reingegangen. Also ja, der tut mir leid, aber und dann geht Gott nochmal zu Hosea, sagt Hosea, wir sind noch nicht fertig, wir sind noch nicht fertig mit der Geschichte, die Dokumentation meiner Liebe ist hier nicht beendet, sondern es kommt in ein neues Level, in ein neues Level. Ich gebe dir den Auftrag, geh wieder hin, kaufe sie, durch Geld wieder hinaus aus dieser Gefangenschaft und lieb sie nochmals. Unvorstellbar. Freunde, das ist unmenschlich. Hosea tat es und Gott offenbart uns, wie seine Liebe zu uns ist. So ist er. So eine durchbrechende unaufhörliche Liebe hat dieser Vater für uns. Das ist die Ausgangslage. Und am Schluss dieser Geschichte heisst es in Hosea 3, Vers 5. Danach werden die Söhne Israels umkehren und den Herrn ihren Gott suchen und David ihren König. Und sie werden sich bebend zum Herrn wenden und zu seiner Güte am Ende der Tage. Damit haben wir zwei Aussagen, was mit der Liebe in den letzten Tagen geschieht. Und die Aussage von Jesus ist, bei den meisten wird zirkalten. Und hier heisst es, gleichzeitig wird in den letzten Tagen eine Liebesexplosion stattfinden und Menschen werden bebend zu ihm zurückkehren, weil sie verstehen, wie er ist. wie er liebt. Und wir stehen in dieser Auseinandersetzung. Einerseits diese krasse Dokumentation von der Liebe des Vaters und gleichzeitig wir, die wir oft handeln wie Gomer, und denken, was läuft mit uns falsch, dass wir aus dieser Liebe einfach davonlaufen. Und ich glaube, es ist ein Kampf im Gange, auch noch mit anderen Geschichten, die ich heute weglasse, ein Kampf im Gange, uns vom Lebenssaft zu trennen. Und darum ist meine Frage, wie Jesus bleibe ich in deiner Liebe? Ich möchte euch vier Punkte einfach mitgeben. der erste Punkt ist, ich kann nur in der Liebe bleiben, wenn ich es nicht als eigene Kraft will, sondern wenn der Geist Gottes mich darin leitet. Es heißt in Römer 5, Vers 5, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist. immer wieder komme ich zu ihm und sage, Heiliger Geist, erneuere meine Liebe zu Jesus. Heiliger Geist, du musst es tun. Nicht, weil ich meine Backen zusammenklemme und ich mich anstrenge, werde ich mehr lieben. Heiliger Geist, ich brauche dich, ich brauche dich. Nicht meine Seele. Jesus hat mal gesagt, der Vater sucht, in Johannes 4, der Vater sucht Menschen, die ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten. Er sucht nicht Menschen, die auf die Zähne beißen und anfangen, Jesus zu lieben, sondern Menschen, die sagen, Jesus, ich möchte es, komm, füll mich neu. Füll mich neu. Jeden Morgen, jeden Morgen bete ich, Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du mich bestimmst. Ich lade dich ein, dass du diese Liebe in meinem Herzen bewahrst und erneust und erweitest. Ich lade dich ein, nicht ich klemme mich, heute werde ich lieben, sondern ich bete, Heiliger Geist, ich pack sowas von nicht, aber du in mir. Der zweite Punkt ist, wenn ich merke, dass ich wie Gomer gehandelt habe oder wie die erste Liebe verlassen habe, wie die Gemeinde von Ephesus, dann sagt Gott und tut Puste, kehrt wieder um. Sagt Jesus, vergib mir. Ein dritter Punkt, den ich mir notiert habe, um in der Liebe zu bleiben, brauchen wir Gemeinschaft. Weißt du, Kirche ist nicht einfach da, für den Hinterkopf des Vordermannes zu studieren am Sonntagmorgen. Der ist sowas von langweilig. Da kannst du die beste Frisur haben, ist immer noch langweilig. Sondern Kirche ist da, um eine Gemeinschaft zu sein, wo wir aufeinander Acht haben, dass wir diese Liebe oder dieses Leben aus dem Saft des Himmels nicht vernachlässigen. Ich brauche Menschen, die mit mir unterwegs sind. Ich brauche meine Frau, ich brauche meine Freunde, ich brauche Leute, die mich fragen, liebst du ihn? Manchmal ist die Liebe sehr emotional und manchmal ist es mehr einfach da. Wir können es nicht abmessen, was jetzt wichtiger ist. Aber ich brauche Menschen, die mir helfen, damit ich in dieser Liebe bleibe. Kirche ist Ort, wo wir nicht einfach fromme Unterhaltung kriegen, sondern der Ort, eine Liebesgemeinschaft von Jesus zu sein. Und der vierte Punkt hat mit der ganzen Priorisierung zu tun. Und da wiederhole ich mich. Wo sind meine Priorisierungen gesetzt? Ich habe kürzlich, wir haben so eine Sport-App in der Schweiz, was so sportlich läuft. Ich habe Push-Nachrichten reingetan und wusste immer Bescheid, welche. Ich habe das rausgenommen, weil ich merkte, es absorbiert mich. ich möchte etwas anderes priorisieren. Ich möchte Jesus fragen, wie denkst du denn? Weisst du, es ist ja nicht so, dass ich nach Hause komme und sage, so, Susanne, zu meiner Frau, ich habe mir überlegt, wie wir unsere Ehe besser gestalten können. Ich mache, ab jetzt machen wir so, 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 so. Und sie denkt, hä? Darf ich auch noch was sagen dazu? Es ist ja unsere Beziehung. Und darum sprechen wir darüber, wie können wir unsere Beziehung gesund halten? Und genau gleich ist mit Jesus. Es geht nicht darum, dass du sagst, okay Jesus, ich habe mir heute überlegt, ab jetzt mache ich so, 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 so. Und Jesus sagt, ja, das ist nice, aber ich hätte es mir eigentlich anders überlegt. Sondern es geht darum, mit ihm diese Fragen zu klären. Wo darf ich? Wie hast du es gedacht, Jesus? Gibt es einen Ort, wo ich mich immer wieder zur Ruhe setzen kann? Gibt es eine Form? Was hast du dir gedacht bei unserer Liebesgeschichte? Wie möchtest du es? Und er hat konstante Ideen. Er will, dass wir an seinem Lebenshaft bleiben. Dass wir gedanklich, rangfolgemässig mit unseren Aufgaben in die richtige Richtung kommen. Und er gibt nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen. Er ist der, der die Idee hat. Und gleichzeitig mit seinem Geist der Ausführende ist in mir. Mein Teil ist eigentlich nur zu kooperieren und sagen, ja, das werde ich. Ich werde es. Komm, füll mich. ich glaube, und das war mein Gebet, dass Jesus diesen Abend gebrauchen will. Oh mein, ich weiss nicht, ob ihr den Begriff kennt, Teta Tet. Teta Tet ist so das, ihr seid richtig gebildet, französisch, das ist, ich merke, es gibt Teile in Deutschland, da verstehen sie kein Wort, wir haben viele so französische Wörter, die schauen mich an wie vom Mond. Okay, aber ihr, da im Norden, das ist hohes Niveau. Genau, also Teta Tet. Hey, wir können richtig normal miteinander reden, hä? Gut. Aber ich glaube, dass es oft so ein Teta Tet gibt mit Jesus, sagen, hey Jesus, das frage ich manchmal auch mit meiner Frau, bist du, ist gut? Wie machen wir es? Wie gehen wir in dieser Lebensphase neu miteinander um? Wie können wir unsere Liebe zum Ausdruck bringen? Das braucht Gespräch. Und Jesus hat eine Meinung, er sagt nicht, dein Problem, nimm mich wunder, wie du es machst. Nein, er hat Arsiteen, er hat, er sehnt sich. Er hat Worte des Himmels bereit, er hat Pläne des Himmels bereit. Freunde, wir können nicht von Lebenshaft sprechen, ohne über diese Liebesbeziehung zu sprechen. Und ich glaube, dass Jesus heute Abend so ein Teta Tet mit dir haben möchte. Ich wünsche mir, dass wir so aufgeregt werden, immer wieder neu mit, einfach mit Jesus unterwegs zu sein. und dass wir nicht zu den meisten gehören. Wir möchten jetzt hineingehen in eine Zeit, wo wir das einfach mitnehmen, verarbeiten, mit Jesus, diese Tete, Atheit und Geschichte und einfach ihn geniessen, zu fragen, was ist Jesus? und vielleicht ist es der Moment, wo du sagst, ich möchte mich ganz neu, ich habe versucht, Jesus mit eigener Kraft Jesus steht an ihr und sagt, hey, sorry, ich habe einen extra den Heiligen Geist eigentlich geschickt für dich. Darf er bitte, er könnte dich trainieren, er könnte dich führen, er könnte dich füllen, er könnte dich überfüllen, er könnte, darf er, lass uns eine Zeit gehen, wo wir, auch unterstützt von der Band, Gott anbeten. Das heisst in Epheser 5, 18 bis 20, werdet voller Geistes, indem ihr Gott anbetet. Anbetung ist nicht eine One-Way-Geschichte, sondern ist immer, löst immer eine Reaktion des Himmels aus. Und gleichzeitig möchten wir diese Zeit nutzen und da vorne rechts sind sicher, auch gestern waren Leute, ich bitte, dass Leute, die im Seelsorgeteam sind, sich bereit halten, für Leute zu beten, die sagen, ich möchte gerne, dass mir jemand die Hände auflegt und sagt, hey, ich möchte diese Fülle, ich möchte Erneuerung. Vielleicht sitzt du neben jemandem, wo du sagst, kannst du mit mir beten? Ich möchte das. Lass uns aktiv werden. Es ist nicht einfach eine Geschichte, die hier vorne läuft. Da auf der linken Seite werden auch Leute sein, die bereit sind, für euch zu beten. Lass uns da hineingehen und ich bete, Heiliger Geist, dass du unsere Liebe erneuerst. Und das sind viele abgestandene Gefäße. Du hast aber von frischem Wasser gesprochen. Du möchtest es hineinbringen. Heiliger Geist, wir lieben, wenn du kommst. Das ist so ein Merkmal von dir, dass dann Menschen in eine Begeisterung, Stürme hineingehen, die nicht irgendwo crazy sind, im Sinn von seelisch gepowertem, sondern vom Geist getriebene. Und so beten wir, komm mehr. Wirk dieses Wunder an uns und in uns. im Sinn von Im Gn Untertitelung des ZDF, 2020